30. April. Ein strahlender Samstag. Porsche-Wetter. 265 TDI-Fahrer drängen zum TDI Grand Prix. Schafft der TDI die 3-Liter-Verbrauchsgrenze? Darum ging es beim TDI Grand Prix dem größten jemals veranstalteten Economeran, zu dem Porsche Austria aufrief. Unterstützt von einer unübersehbaren Werbekampagne trat die österreichische VW- und Audi-Organisation den einmaligen Beweis an, dass die neue Diesel-Technologie sensationelle Verbrauchswerte ermöglicht. Auf dem Testgelände von Sentarit in Kottingrum mussten rund 29 Kilometer in einer Mindestgeschwindigkeit absolviert werden. Mehr als 5000 Zuschauer lockte der TDI Grand Prix, um ein Rennen besonderer Art zu erleben. Ö3 war live dabei. Keine dröhnenden Motoren, kein Reifenquietschen, sondern ein fast lautloses, spannungsgeladenes Autorennen lief ab, übertönt vom Flottenspiel der Musikanten im Vergnügungszelt. Windscharpenfahren war nicht gestattet. Die Rennleitung im Vorausauto beobachtete. Jeder musste sich sein Rennen selbst einteilen. Hinter den Kulissen sorgte mit der gleichen Ruhe eine perfekte Organisation von Porsche-Mitarbeitern für geordneten Ablauf und schnelle Wertung. Bundeskanzler Wernitzki tauchte selbst am Ort des Geschehens auf. Immerhin stand seine Forderung nach einem 3-Liter-Verbrauchsautopate für diese Veranstaltung. Auch eine Testrunde mit Verbrauchsspezialist Gerhard Plattner ließ sich der Kanzler nicht nehmen. Die grösste Hürde, wie man schnell und präzise Verbräuche auf das Hundertstel genau misst, lösten die VW-Techniker genial. Eigene Zusatztanks mit Schnellverschluss wurden in der Lehrwerksstätte produziert. Die Tanks selbst wurden vor dem Start und nach dem Zieleinlauf gewogen und aus der Gewichtsdifferenz der Verbrauch auf das Hundertstel genau ermittelt. Das war auch notwendig, denn der Sieger im Finale stellte einen einmaligen Vertragsrekord mit einem völlig serienmäßigen Golf auf. 2,23 Liter auf 100 Kilometer. Der Jubel bei den drei Erstplatzierten kannte jedenfalls keine Grenzen. Der Importeursmannschaft gelang eine beispiellose Veranstaltung und ein toller Beweis, wie sparsam man mit einem TDI fahren kann.